In diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr offizielle Entwickler-Grafiken, also Render und Screenshots für DSIMS 4 nutzen könnt. Auf der offiziellen Website von DSIMS findet ihr oben den Punkt der Fanart-Kits, über den ihr verschiedene Assets für DSIMS 4, DSIMS 4 Hunde und Katzen sowie DSIMS 4 Reich der Magie nutzen könnt. Den Link findet ihr ebenfalls nochmal in der Beschreibung. Wenn ihr auf die Magie-Pakete klickt, seht ihr genau, was ihr mit diesen Bildern anstellen dürft, passt hier also etwas auf. Mit einem Klick auf Annehmen könnt ihr euch alle Bilder in einem SIP-Archiv herunterladen. Unter anderem gibt es hier einige tolle Screenshots von Gartenspaß, Zeit für Freunde, Outdoor-Leben, Sonneterrassen oder dem romantische Garten-Accessoire-Pack, aber ebenfalls sind auch einige Grafiken zu Sims Mobile und Sims Freeplay vorhanden. Schaut euch einfach um, die Render hier finde ich ebenfalls cool. Das Reich der Magie-Paket gefällt mir ebenfalls sehr gut, welches einige coole GIFs mit kleinen Animationen beinhaltet. Werdet ihr euch diese Grafiken-Pakete herunterladen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video!